Ein Eid vertieft. Eid vertieft. Oh mein Gott. Alter. Schnell, Trank. Wie viele von den Augen habe ich denn? Ich mache einfach mal alle. Das muss ja irgendwas bringen. Wo ist der verkackte Typ? Typ. Michi, ich brauche kurz deine Hilfe. Wofür? Ich brauche einen weiteren Beschwörer. Boah, das will ich nicht. Die Wegbeschreibung kann ich dir echt nicht sagen. Du musst dir echt selber finden. Das ist zu verwinkelt und verkantet alles. Okay. Wie viel Schaden macht denn sein Schwert? Silberritterschild, Schwarzritterschild. Was ist denn da? Was ist denn das? Was steht da? Was steht da? Schatz. Super. Freut mich. Alter, das Ding ist ja mega. Schwertes Grabfüsten, das Ding werte ich auf, Alter. Aber sowas von. Oh, ich mache auch den, Alter. Wo ist der verkackte Totenbeschwörer? Ich fick den nicht. Da ist also das Schwertes Grabfüsten, das werde ich auf jeden Fall aufwerten. Ohne Scheiß. Muss ich wieder so lange warten? Achso, okay. Ach scheiße, keine Flacklongs. Ich zock so lange. Okay, kann ich das da eigentlich wegdrücken? Ach komm, ich zeig's euch, Leute. Shit, Alter. Ohne Witz. Wo ist der verkackte Typ? Jetzt ohne Scheiß. Wo ist der? Yay. 16.000 Sängeln. Was mache ich jetzt? Ja, soll ich durch den Boss gehen? Ich will nicht durch den Boss gehen. Durch den Boss? Zum Boss. Aber wie kommt man denn jetzt zum Schmied? Mojo gucken. Vor dir rechts, Achtung, vor dir rechts, was ist das? Okay, hier ist ein Tunnel und überall sind sehr richtig. Ich habe Schiss, dass da vorne ein Dämon ist. Ja, da ist vorne von ein Dämon. Ich will nicht. Ich will den nicht machen. Ich weiß, dass man den Schmied irgendwie durch runterfallen erreicht, aber... Wo und wann, wie genau? Mitchell, hilf mir. Ich will den Dämonen nicht machen. Muss ich den machen? Ist der leicht? Damit du zum Sack kommst, musst du den machen, ja. Zum Eid. Ist der leicht? Geht. Also ich habe ein paar Hiebe gebraucht. Also er ist schon stärker. Er ist schon stärker als alle anderen sonst. Fuuck. Ich brauche den Totenbeschwörer hier draußen vor dem Dämon. Ah, wo ist denn der? Hier, der wird ja beim Schatz. Oh, oder? Robst du deine Seelen? Ja. Oder? Was? Ich kann es echt nicht sagen, Digga. Tut mir leid. Weißt du, oder so ein Gedächtnis wie ein Frosch? Nee, das Problem, die Wegbeschreibung ist total beknackt. Wenn du bei Silberrittern irgendwo runter kannst, oder Silberritter siehst, oder Schwarzritter, wer auch immer, dann bist du richtig. Nee, ich habe eine kaputte Wand eingeschlagen. Siehst du, ich muss auch noch einen Totenbeschwörer killen. Wenn, der fehlt mir auch noch. Scheiße. Das ist doch scheiße. Er hat mich pariert. Was? Ein Skelett pariert mich. Das ist erbärmlich. Das ist armselig. Nee, ich mache den Dämonen nicht. Der macht mich platt. Allerdings zu viele Skelette. Schatz. Was? Schatz. Ach, du bist da erst. WTF? Warte mal. Schatz, hast du die Wand nicht eingeschlagen? Doch, habe ich jetzt gerade gemacht. Du hast nur danach den Beschwerer getötet. Ich muss die Leiter. Ach, hier ist der Leiter. Der Kleiter da hoch. Muss ich die Leiter hochklettern, um den zu erreichen? Um wen zu erreichen? Den Totenbeschwörer. Keine Ahnung. Ich bin hier gerade auch noch auf der Suche. Die Frage ist, wo sind alle Skelette hin? Ampeln die da alle unten rum? Ah, die Ampeln da bestimmt alle unten rum rum. Hey, Lü. Oh mein Gott. Bist du da jetzt irgendwo runtergesprungen? Äh, Digga, ich kann gerade nicht dir irgendwie antworten. Ich bin gerade in einer Scheiß-Situation. Okay. Darum ist einer. Kann ich rein? Oh, wo ist der dreckige Totenbeschwörer? Da ist er. Ich muss zum Leuchttfeuer. Schnauze, Arschloch. Oh mein Gott. Ich muss zum Leuchttfeuer. Komm mal, du Arschgesicht. Wieso lebst du da noch? Okay, eine Menge Seelen auf jeden Fall. Boah. Gut, das Kommentieren schränkt sich wieder ein. Sorry, Leute, aber das ist... Oh, gerade ziemlich hart hier. Alles. Halt. Nachricht lesen würde ich gerne. Nein. Oben. Was ist oben? Jetzt bin ich hier. Achso. Wow. Stirb. Irgendwer ballert da noch. Ach, da ist echt was drin. Das sehe ich gerade. Finstermut. Zieh ins Ring. Was machst du? Gewehr zusätzlich Zauberreißlots brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Halt, ich wollte die Feuerflammen mal einstimmen. So. Ausstellung umkehren. Und entfachen. Okay, keine Wande. Keine weiteren unsichtbaren Wände meine ich. Wachen. So, dann kehrt er gleich da hoch, die Leiter, die da war. Oh mein Gott. So. Dark Souls ist so toll. Ist schon 0.1. Kacke. Egal, passt schon. Aber da war es mir schon oben jetzt. Bitte was Tolles, bitte. Die Wolfe hat sich zum Spielen... Nein, ich werde jetzt nicht CSGO spielen, verdammt. Lasst mich alle in Ruhe. Ich bin nicht viel da, ich soll spielen. Echt mal. Dieses Drogenspiel. Er ist so, Alter. Na, 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 na. Lol, er hätte einfach mal die Maske dieser Mutter. Wunder, friedlicher Spaziergang. Toll. Boah, hier kann man runterfallen, sagt mir da doch einer. Wo bin ich jetzt? Jetzt bin ich hier. Ach, ich weiß, dass ich diese Drecks... Dinge immer wieder aufbauen müssen, ne? Schade. Ich krieg' ihn nicht gelegt. Boah. Ja, okay, spring in den Abgrund. Das kannst du gerne machen. Was ist denn das Schwert? Ist das ein Ultrarohrschwert oder ein Großschwert? Welches? Das ist dieses Klinge der, keine Ahnung... Grabfürstenschwert? Ja. Das ist ein... Oh, der hat ja nur Attributmussel von E. Das ist ein Kruppensäbel. Echt? Ja. Okay, dann ist es verdammt schnell. Aber die ampeln hier alle mit Kruppensäbeln rum, also von daher ist es auch kein Wunder. Alter, woher kommt ihr? Oh, ne, die bauen sich auf. Warum bauen die sich auf? Pass auf, Leuchtfeuer. Leuchtfeuer, wo? Ach, hier. Ja, trotzdem weiß ich gerade nicht, wo lang. Da ist ein bisschen Aufständigkeit. Wird gern zur Brücke finden. Hm, es gibt keine Brücke, doch da hinten. Verzweiflung, warum? Achtung vor die Falle. Ja, das ist ne Falle, mein Lieber. Woh, da muss ich denn jetzt... Boah, ich muss das Gelderschwert noch ein bisschen aufbessern. Schildrot-Weiß, wow. Damit es Optim, Optimum wird. Aha, wo lang muss ich denn jetzt? Ich will den Schmied finden. Also auch mal gucken. Google ist dein Freund. Ja, hast recht. Bist du zu voll für Google? Hast du ja keine Zeit für Google? Du vernachlässst dich zu Google. Ach Gott. Halt wird er nicht mehr dein Freund sein. Psycho scheiße, gelaber. Psycho scheiße, gelaber. Verstehe ich schon. Ja. Du willst mich parieren, du strixer Arsch. Und tschüss. Ah. Pass auf, scheinbare Wand. Was? Achso. Ja, die hab ich ja schon. Ja. 16.000 Seelen, egal. Verloren? Nope. Fuck. Jetzt hab ich die verloren. Weil ich so dumm war und auf ne fette Kugel, also so ne Wölbung gesprungen bin und nicht auf die Plattform. Egal. Springwaffe-Plattform nächstes Mal. Sag mal, er dreht ja die Scheiße. Ja, hast du, Kollege. Ich komm nicht mehr rüber. Was denn? Ja, der hat den Brückenhebel gedreht, obwohl ich noch da drauf war. Ja. Nee. Mensch, du musst mit mir reden. Warte. Stehen wir so auf nonverbale Kommunikation. Hä? Mensch, ich kann es schön. Mann, ich weiß nicht, ob du schon bei dem warst. Dieser Patch ist hier, der dreht die Brücke oben, während du drüberläufst. Ach gut, eine gute Sache, dass ich ihn getötet habe. Echt? Ja, ich hab ihn mit dem Pfeil abgeschossen, weil ich dachte, der wäre ein Feind. Und dann ist er angelaufen gekommen. Oh, hier muss man noch irgendwo runterfallen. Aber wo war... Oder? War das hier? Ich weiß nicht. Und dann bin ich... Vielen Dank.